Hey, ihr seid bei Kostkanz, ihr seid bei Angie zu Hause und was seht ihr? Einen Fächer mit Kanada drauf. Aber ich habe nicht nur diesen Fächer, sondern ich habe noch viel, viel mehr. Dieses Bild hat mir meine Nichte geklebt und hier dieses Schild, Willkommen Kanada, Tante Angie hat mir meinen Neffe gemalt und auch geklebt. Und hier haben wir eine wunderbare Crazy Kanada Tüte von meiner Nichte. Hier noch eine Klebearbeit mit Mickey Maus drauf und besondere, ja, besondere Kreaturen und ein Geschenk von meinem Neffen. Ein Bild, was er nicht mehr haben möchte. Und er hat mir hier diesen Troll, diesen Kürbistroll ausgesucht. Ja, das ist jetzt im Augenblick mein Hintergrund von meiner Wand, von meiner Video-Wall. Ganz unten habe ich noch Lake Life, denn ich habe ganz viele Seen gesehen. Ich habe ganz viele tolle Wälder gesehen. Ich habe die Rocky Mountains gesehen. Ja, ihr habt vielleicht schon ein paar Videos gesehen. Und jetzt drehe ich mal um zu mir. Jetzt wird es ein bisschen wackeln. Und ich habe natürlich Kanada drauf. Was sonst? 1. Juli ist Nationalfeiertag in Kanada und es ist der Kanada Day. Und die Kanadier haben alle frei und gehen raus, gehen zu Veranstaltungen. Es gibt Paraden. Es ist im Park, in der Stadt. Überall wird der Kanada-Tag gefeiert. Und ich wollte euch jetzt mal zu eurem Kanada-Geburtstag Wollte ich mal einen Gruß aus Germany schicken. Und ich sag mal, ich komm wieder, ne? Also, genießt euren Tag. Celebrate your Canadian Day. Juhu. Tschüss.